Die Galaxie ist groß und mächtig. Sie entscheidet über unser Leben und unseren Tod. Wir Kinder der Galaxie wissen noch gar nicht, was unsere Lebensaufgabe ist, was das Leben mit uns vorhat. Doch irgendwann werden wir es rausfinden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir Kinder der Galaxie werden unseren Weg finden, auch wenn er Lichtjahre entfernt ist.